Put your hands up in the air Wake your hands up in the air Welcome back to more Minecraft Hey, Junge! Junge! Warte auf mich, ich bin gerade neben euch oder Junge? Ey Junge! Rennst mir gerade rein! Junge! Wo ist denn der Krilli? Krilli ist da hinten Wo ich gerade hin Far, far away Du siehst den Namen ganz klar Say yeah Komm mit, dann wirst du es eh schon sagen Wirst du hin? Opa im Gang im Saar dort da untene hab auch wieder die aus Diamanten gefunden da un Hell Kannst meinung Folgen Er bin können H быть ichann, ich bin keinig mit, gell Keine Kann es äh gewinnspät PAC Eigentlich Kumong's mit, ja mich fang mich nicht mehr essen ist ja, ich hab ja was mit Johann 허 sean mia Wir haben Grillier hinterher und schulen uns alle Seiten Diamanten Ich hab zu viel Eisen Wow Nein, Spaß Ich bin einfach schlecheden Mehr fageln ich bin was du bist der richter Prozent johanns vorgab doch umso mehr oder so was wird die Mirol zum die Spakus und Satz nie um und wo bist du was wo schaue ich habe ich schon kommen mehr ja wo wort schlubau und was wurde aber geöffnet die Opfer der Wüter ja kommen wir an um ein Spitzhackenbauer wir haben keine Eisen mitglauben doch die Hau und vier Eisen gebrannt ist das Ressort der Ressort ist weg die Wuppe der Mineabhänger ja komm her wenn es zu Eisenbräste du bist du da in der Nähe hallo die Mecklenburg ich befehle es dir na doch vier Eisen und ich brauche die Box auch noch unterholen Boah, findest du das immer so rei, ich manchmal wie ich am Server bin gib mir das ganze Inventar und ich kick dich vom Server dann wenn ich nach so kick der mich nicht wo es nicht kann ach echt entweder so zu dämlich oder es funktioniert oder was nicht ich fände er es zu dämlich dankeschön hey hey, wo geht's denn auf, ihr wisst dasselbe ihr habt zu den Eingang wo man direkt bei dem Haus rauskommt ja so, zeigt man schnell den, den den kenne ich noch gar nicht den hab ich nämlich erschaffen und ich hab den Weg herüber geschaffen also geil, du brauchst dir einfach mal da so um mich, hör Diamanten ja, ohne Scheiß ich bin gegangen auf einem so, hör Diamanten, wow ich hab mich noch nie so für Diamanten gefunden, ich bin normal immer voll schlecht also, wo kommen wir her also, du bist so im Lavastrom von vorhin, wo wir Diamanten gefunden haben wie viel Kohle habt ihr es eigentlich jetzt da gesammelt, Grillier, wie fährst du Kohle nicht? am Momentan 54 ich hab nicht der 8 Kohle aber ich war schon mal oben, also genau zum всiell und ist es, sie müssen die Treppen sein oder ist das, keine Ahnung Froma ja, da vorne ist da vorne ist hub ich bin direkt und schätze ich bin verhungern nach euch nix kommt mit von oben er hat er geht ab und zwar gucken zu mir ist das was bei mir kann ich habe mich nicht verknüpft und der gleiche schlucht von vorhin das ist der Storger oder in der andere Richtung in einem Modulung hätte es aber nicht okay und bleiben nur bis in der Mitte wo zum Wies wo ich bin die tschüss erstaunt ist also da war ich ein deutsch hat eben nicht herrschte wo es ist die dritte die dort fach mich nicht mehr wenn wir nicht groß sind der tschad die tschad die bei Fußlos nach der oberfläche der klinik die halbjahr das ist sie ja nur um aber er ist sie in der Kruppensort der Städte bei den Norden ober die Frau als Schatz drauf die Redezeit er wurde von der Kuhle 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 hey ich bin schon wieder erlaubt o die Fluss damit kaum ein bisschen okay ich hab dich den Kunden die Leiter der Pferd war ihr habt ihr habt und was ist was ich verloren in der Bibel bis zu der Tzaki 6-Mann ab und abtübt schockt schockt abbrechst über ist die Zeit jetzt der Mörs in der Bibliothek an den Franz Kuhle von der Tzaki Render Zug bei der Angaben dort also dort wo wir vor langer Zeit um den Eingang hier ich sehe ich sehe ich genau ja ich baue da nämlich gerade Stiegen dass er einmal raufkommt ja ich baue da nämlich gerade Stiegen dass er einmal raufkommt ja ich baue da nicht, ich baue da auch nicht, dass man nicht mehr heilhupfen muss Spackos? ich schmeiße da ein bisschen Gravel weg, der einfach nur im Weg steht ah da, hallo da, mit Krillie, Tradium, Tradium, Krillie ich weiß eh dass du da bist er ist da na, na, du, saa da ah genau, jetzt weiß ich wieder wo ich bin Mann, Alter, geh weg oder ich mach dich fertig ah ich weiß wieder wo ich bin, leider you, you don't say Mann, Alter, ich hab eine Eisenspitze, eine Gefahr habe ich verloren, dann habe ich verloren, ein bisschen Kohle und dann die Crafting-Box von dir und dein Leben und deine Nummer und angebranntes Eisen ja, jetzt kommen wir mal, Chucky, oder? ja, ich hab den weg eh schon gefunden, geßt schmacki, oder? oh mein Gott Chucky, du schmacki what? er ist tot Chak na, tot auf einmal kommt vor mir ein Skelett und hinter mir Zornbild ja, es beamt, geil, es fang zum beamen an what? what? what this, you don't say ich bin ein alt wird und sie wird von das hieler die heim die betrieb der ersten noch in einem extremsten sie sind sehr viel zu Prozent wo ich mich nicht mehr nehmen die aus keine Durst und auch kein Leben nachher Schaden die Welt die der Niemann der Gericht der die Haltung ist eine große Kulte der Kabel abpflanzen die Schuhe des Endes durch das mich für ihr wohl so wohl gehen aber das ist auch wohl auch ich habe ausbrechen so er hat Gott er 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 kommt und kommt und wurde und kommen Ludwig Ludwig Söne Parklau Herr Brasse kommen als er der Seine Nador gut eine Mutter ja oder bis jetzt kommen ja ich glaub mir gar nicht die Kisten auf, gell? ich tue dir eine Kisten auf die, was ich fast gefunden hast ja wir brauchen eine Kisten mit Minen-Zeugs hey, hab dir Kohle, dann brenne ich dir so, ich sag mal ja schon, in die eine Kisten rein mal, ich tue den Ofen mal auf, ok, wenn ich darf ich laufe im Kreis, ich glaub's nicht ich hab den Ofen wieder aufgeführt, auf der Seite ok, warte mal, jetzt da mein jeden Ofen mal ja, koma, mal, oh, Junge das ist gut dafür die ganzen Kabel zu tun und die ganzen Materialien und mit auch verschieben Kabel zu tun mach einfach, du kannst machen, du bist Horst was mann bisschen Fleisch und das Brot, haja auch immer mehr, die Knochen fuck, der Hund sammelt doch viel Zeig, sie immer noch sammle mit der ach so alles wertvolle haben wir in einer Kisten, oder? wenn ich selbst zu knurr wertvolles kann ich fliege zu wertvolles na, na die Welt von Kisten ist wie neben dem dritten Bett, wir werden nicht so viel wertvolles haben und uns da muss um. Hast du mir grad mal Eisen weggegnommen? Nein, ich hab's ja wieder eine da. Junge, äh, da ist Ton und Sieg. Oh fuck. Junge, äh, Skelet, hab mich mit mir abgeschossen. Wo bist du? Warst du am Spawn ungefähr? Also man da beim Einkommen? Ja, kein, also, wenn es ist, du warst, wo man die letzte letzte Mal dir ausgefunden hat. Ja. Gehst zurück, rauf, die steile Wand, einfach einen Weg folgen, der beleuchtet ist, bis irgendwann ein kleiner Wasserfall kommt und dann gehst du nach rechts, dann wirst du wissen, wo ich bin. Oh, du gehst einfach so da wieder hin. Junge, seh. War geil. Warte mal, ich schlafe mal, ich schlafe mal, okay? Ja, hm, ha, ha, Depri, ich hab so viel verloren. Ich bin da. Warum ist in meiner Truhe so verzeihig hinterher? Die kehrt nicht dir. Die kehrt nicht dir. Das ist die wertsache. Ja, so gut. Ja, oh. Gute Nacht, bitte. Tschüss. Oh, guten Morgen. Morgen. Ey, da, 14. Die appelliert sich mal. Mal Gymnastik machen. Ach, 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 ach. Ach, 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 ach. Direkt in, was? Grill bewegt immer nicht. es war alles war das ganze Zeit was von Zombies kommen damit die Doppelkisten da die was da im Eck steht das heißt dann Zombiekisten oder so aaaah weißt was scheiß drauf ich geh da jetzt ohne Equipment nun mal rein sicher hab ich auch wieder ohne Equipment ist wurscht wenn ich verreik oh fuck der Shit, wir gehen eigentlich Pistons hey Söb, 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 Söb ich, Söb ich unser Haus bauen ja mhm mach wie groß ungefähr wie du sagst wow, das kannst du aber dann nicht auf der Map machen, weil dann fahrts immer zum Lägen mach was mit Stone auch, nicht mit Holz wie du sagst ja, ich mach eigentlich nicht eine Scheiße, sag's euch ich mach auch eine Scheiße, ich bin, ich kann es ausbauen, nicht der Boden wird auf, der Boden wird hell die Ecken, oh weißt du, wo soll es hinbauen überhaupt was ist das, was ich hab ich gesagt was ist das, was ich gesagt was ist das, was ich gesagt ich weiß nicht hin zu einem Berg oder bleib oder mach mir's irgendwo da irgendwo im Wald what the fuck warum ist das vorne? Yves, yves Ive waist yves oh hey, haut wer,名ze no love expedient jaa, mach's damned yves ui und springen mt oah wo bin ich ihr Scheiß Phones hey, kann ich selbst gespräch führen wohl sie werden sehr schön es ist so ist eigentlich klärt die es eigentlich klärt uns im Haus bauen man ist die vom Ort schlafen unser unser ich war aber auch wo wo ist ich habe mich sehr bis gut was war ich bin ich es wird das nicht dabei kommt aber egal ich weiß nicht mehr wo ich bin ja jetzt geht es auch so dass es sich finden immer und zum Haus werden muss was ist das ist ein Spargelmöse alles gut die Gründe es ausliegt bei den Daten 300 sie mal 20 5 65 318 3 und im Urschluss machen das heißt ich bin wohl schon ich jetzt mal ich bleib im doch aus dem Urscher der Karten in der Strecke Kugel schocken schocken ist er an das nur kommt zu Hause die Existenz nach 300 mehr als ganz Y ist 63 und zettelst 3.9 ich bin jetzt ich hab's gefunden oh Gott wenn du das Let's Play 6 hey Spako Schau mal in die Kisten ganz hintere und halt mir ein ganzes Holz rein WTF da ist Eisen da ist wieder Eisen du hast Gold und du hast wieder Eisen also das nix mehr hey ich glaub wir brauchen gleiche Kisten you don't say ich mach's einfach das Haus geil mit uns drauf ja we wish you a Merry Christmas 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 okay you don't say who are you on im Köln Bogen gespuckt n er muss gar nicht mehr diese Plantage dort bauen genau Akkordjahr zu lassen so war die Apollung und gut drauf Kostik die Verloren betrachtet in der Bühne die Lichter als ich die Sparke muss regnen die Lärmste jetzt in der Zeit hier die Lichter auf mit rechten Kürtel ein Charter mit Tänz um bo- ähm... mhm, 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 mhm... Okay, Leute, das ist strange. Ich rufe es nochmal an. Was ist mit? Oh, fuck! Ich habe das vielleicht schon zu wendet. Was machen wir noch gerade los? Keine Ahnung, irgend so spackig hat das irgendwie... Ah, ich sag auch noch, was er schreibt. Ja, er soll schreibt, es geht gerade nicht. Oh, oh, oh...